Hallo Leute, herzlich willkommen da, schönes Zick-Schloss und heute kommen wir zum zweiten Teil meines Abo-Specials, also die Auflösung. Viel Spaß! Für die alle, die es schon vergessen haben, es gibt drei Plätze in diesem Gewinnspiel, genau. Und der dritte Platz belegt, also jetzt noch niemand, aber der dritte Platz gewinnt drei Skin-Render, okay, drei fucking Skin-Render. Der zweite Platz einen fucking Banner, einen wirklich verfickt geilen Banner, sorry Leute, wenn ich das so ausdrücke. Und natürlich, der erste Platz erhält ein Intro, genau, ein Intro, Leute, ein Intro, Mann. Ich will mal nicht lange rumgurken, okay, ich will mal nicht lange rumgurken und starten wir das Ganze einfach mal und der dritte Platz geht an... Jungen, du hast drei Skin-Render. Professionelle Skin-Render. Dude, professionelle Leute, du weißt Bescheid, du weißt Bescheid. Herzlichen Glückwunsch jedenfalls an dich, Niedmert. Gut, kommen wir zum zweiten Teil. Und der zweite, der den Banner gewinnen wird, ist... X-Roster! Achso, mit einem X. Herzlichen Glückwunsch, Juts! Für deinen geilen Banner, sorry. Alter, richtig geil, Digga, ich freue mich jetzt schon, diese zu sehen. Ey, Junge. Ein Banner kostet verdammt nochmal 20 Euro zum Teil. What the fuck? Und noch einen guten und der ist gut, Mann, Digga. Roster. Herzlichen Glückwunsch, Mann, Alter, richtig geil, richtig geil, Alter. Ich freue mich richtig für dich. So, ey, wenn er besser wird, dann nimm ich ihn. Nee, Scherz. Gut, kommen wir zum letzten Platz für heute. Und der letzte Platz, wie schon gesagt, also der erste Platz erhält ein Intro. Und das Intro soll erhalten, Leute, jetzt kommt's. Ich drücke. Ich drücke. Flash LP, what the fuck? Richtig nice, okay, Flash LP, herzlichen Glückwunsch. An dich, von mir an dich. Jo, 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 jo. Du kriegst das Intro. Nice, okay. Ich hoffe, euch hat's allen gefallen, das Gewinnspiel. Sorry für die Leute, die nicht gewonnen haben. Ich kenne, by the way, niemanden von denen. Dankeschön, dass ihr vorbeigeschaltet habt. Morgen kommt wieder ein normales Video, Leute. Morgen, jo, ho. Ein Sky Wars Video, by the way, ne? Und dann würde ich mal sagen, Jo, bis dahin, tschu-tschuuuus, wenn's euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, ja? Bis zum nächsten Mal.